Mit der jetzt geplanten Zwangssanierung entsteht eine ganz gefährliche Situation, weil jetzt wird Wohnen zum Luxusgut, zumindest für viele. Schon jetzt sind die Mieten extrem hoch, die Heiznebenkosten sind ja sehr hoch und die jetzt noch dazukommenden Kosten für die Zwangssanierung, die werden sehr viele Menschen überhaupt nicht tragen können. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Oberndirekt hier aus dem Sächsischen Landtag. Die Europäische Union hat sich was ganz Besonderes einfallen lassen, um uns Bürger mal wieder zu belasten. Sie plant eine Zwangssanierungsmaßnahme für alle Häuser, die bis zu 100.000 Euro pro Wohneinheit kosten können, was natürlich uns Mieter wieder belasten würde. Herr Obernd, ganz direkt, wie das Format ja auch heißt zum Einstieg, die Frage, wie soll das für uns überhaupt noch bezahlbar sein? Man bedenke, dass ca. 30 bis 40 Prozent jetzt schon die Leute für das Wohnen ausgeben und das würde das Ganze ja noch zusätzlich steigern. Ja, das wird zunehmend unbezahlbar für viele. Und man muss ja auch sehen, das ist ja nur ein Baustein, was die EU jetzt macht mit dieser Sanierung von Altbestand. Gleichzeitig plant die Bundesregierung ja, dass ab 2024 keine Gas- und Ölheizungen mehr verbaut werden dürfen und dass alte Heizungen, die älter als 30 Jahre, ausgetauscht werden müssen. Was danach kommen soll, ist die Wärmepumpe. Eine Wärmepumpe kostet fast das Dreifache von der Gasheizung. Also wer soll das bezahlen? Es wird zu extremen Kostensteigerungen kommen, die am Ende an den Hauseigentümern hängen bleiben und am Ende natürlich auch an den Mietern, weil irgendwo muss das Geld, was da investiert wird, ja wieder reinkommen. Und deswegen gehen wir hier sehr anstrengenden Zeiten entgegen, wenn alle diese Vorhaben umgesetzt werden. Nun ist es ja so, dass wir Bürger jetzt schon mit einer Rekordinflation zu kämpfen haben, um die 10 Prozent. Dazu kommt ja noch die Masseneinwanderung. Letztes Jahr kamen über 1,2 Millionen Ausländer nach Deutschland, was ja die Nachfrage nach Wohnraum immer höher treibt, beziehungsweise auch die Preise dementsprechend weiter steigen. Da frage ich mich, wo soll das Ganze noch hinführen? Es ist jetzt schon teuer, alle anderen Faktoren treiben es weiter in die Höhe und jetzt noch das obendrauf, das kann ja gar nicht funktionieren. Mit der jetzt geplanten Zwangssanierung entsteht eine ganz gefährliche Situation, weil jetzt wird Wohnen zum Luxusgut, zumindest für viele. Schon jetzt sind die Mieten extrem hoch, die Heiznebenkosten sind ja sehr hoch und die jetzt noch dazukommenden Kosten für die Zwangssanierung, die werden sehr viele Menschen überhaupt nicht tragen können. Ich befürchte, dass wir in eine Situation kommen, wo Menschen aus ihren Häufern ausziehen müssen, dass sie ihre Wohnung in der Großstadt wechseln müssen, weil sie nicht mehr bezahlbar ist. Und das kann, wenn es ein Massenphänomen wird, tatsächlich zu sozialen Unruhen führen. Und dazu muss man noch wissen, das Ziel des Ganzen, das Klima zu schützen, den Klimawandel abzumildern, das können wir aus Deutschland heraus nicht leisten, weil unsere Emissionen hier so mikroskopisch klein sind, auf die Gesamtemission gesehen, dass all dieser Aufwand, all diese Risiken, die wir auch gesellschaftlich eingehen, eigentlich überhaupt nicht gerechtfertigt sind. Es geht also wieder darum, das Weltklima, die Welt zu retten vor der drohenden Klimaapokalypse. Wie sehen Sie das eigentlich? Ich meine, es ist ja ein Fakt, dass sich das Klima ändert. Also es war ja in der Menschheitsgeschichte schon immer so, es wurde wärmer, es wurde kälter. Wie soll man jetzt damit umgehen? Jetzt nichts machen oder andere Vorbereitungen treffen? Wie würden Sie das Ganze managen? Es ist völlig richtig, da gebe ich Ihnen recht, das Klima ändert sich immer und das wird auch von uns niemand negieren. Also selbstverständlich ändert sich das Klima und das muss nicht nur positiv sein, das kann auch negativ sein. Die Frage ist aber trotzdem, mit all diesen teuren Zwangsmaßnahmen, die wir jetzt hier durchführen, Was für einen Einfluss haben wir auf diesen Gesamtprozess? Und der ist eben mikroskopisch, weil die größten Emittenten derzeit, China, Indien, USA, China und Indien mit wachsenden Emissionen, die wachsen ja mehr als wir einsparen, haben doch einen viel größeren Einfluss. Deswegen müssen wir uns fragen, können wir das Geld nicht besser einsetzen? Können wir das Geld nicht besser einsetzen dafür, dass zum Beispiel mit moderner Technik in China weniger emittiert wird? Da hätten wir sogar einen Exportschlager. Oder können wir das Geld einsetzen, um hier in Deutschland uns an diesen Klimawandel anzupassen, sinnvoll anzupassen? Das sind Fragen, die man stellen muss und man muss den Klimawandel als gerade für Mitteleuropäer gar nicht mal negativ sehen. Wir würden hier in Deutschland bei einer Erwärmung wahrscheinlich ein mediterranes Klima bekommen. Super, warum man gar nicht mal in den Urlaub fahren kann, gleich hierbleiben, Ostsee ist ja genauso schön. Es würde wärmer werden, unter anderem würde das bedeuten, wir heizen weniger, wir emittieren weniger und das muss man natürlich auch global betrachten. Was bedeutet die Klimaerwärmung für verschiedene Länder? Ist die wirklich schlecht oder ist sie gut? Und das ist für uns das Wichtigste. Es geht nicht darum, irgendeine Ideologie durchzudrücken, sondern wir wollen realpolitisch mit den Mitteln, die wir haben, das Beste für unsere Gesellschaft, für die Umwelt erreichen. Und da ist eben das, was gerade passiert, dass hier eben Milliarden investiert werden in Dinge, wo wir wissen, dass der Einfluss sehr, sehr klein ist. Das ist der falsche Weg. Nun ist ja auch eins der Zauberwörter, nenne ich das mal von den Grünen, das Thema Nachhaltigkeit. Hört man ja überall in der Werbung, wenn man die Zeitung aufschlägt, im Fernsehen, überall kommt immer dieses Wort. Und gerade in dem Zusammenhang frage ich mich bei der Maßnahme, was es überhaupt bringen soll. Mal angenommen, ich habe zu Hause eine Heizung, die ist 30 Jahre alt, die funktioniert einwandfrei, habt ihr gut gewahrt, das ist alles in Ordnung. Die funktionierende Heizung soll ich jetzt rausnehmen, um dann für viel Geld neue Technologie da anzuschaffen. Was soll das bringen? Also eine Sache, die gut funktioniert, ist doch, selbst wenn man das jetzt aus dieser Klimaschutzsicht auch betrachten möchte, besser das Funktionierende zu behalten und weiter zu pflegen, als jetzt das zu verschrotten und irgendwas Neues, Teures einzubauen. Bin ich bei Ihnen? Also eine Heizung aller 10 Jahre auszutauschen, obwohl sie 40 Jahre arbeiten könnte, ist auch unter Nachhaltigkeitsaspekten Irrsinn. Also es geht erstmal um den Materialverbrauch, der Produktionsaufwand. Immer wieder was Neues herstellen zu müssen, ist natürlich eine Umweltbelastung. Und da redet man eben nicht nur von der Energie, die in die neuen Produkte reingesteckt werden muss, da redet man eben auch über das Material. Auch das Metall muss ja irgendwo herkommen, da gibt es dann wieder Minen in Afrika, wo dann Kinder arbeiten. Also muss ich im Prinzip so einen großen materiellen Umsatz machen, um angeblich was zu schützen. Und das beste Beispiel, dass das Irrsinn ist, sind ja die Elektroautos. Die Elektroautos, wurde immer behauptet, die sind Null-Emissions-Autos. Und eigentlich wissen alle, die Batterieproduktion, die emittiert so viel CO2 wie ein Mittelklassewagen, ein Benzin oder ein Diesel, wenn er 100.000 Kilometer fährt. Also da merkt man schon, dass die ganze Argumentation nicht stimmt. Und dann ist eben noch der Materialverbrauch, der dazu kommt. Und weil wir das alles wissen, weil wir wissen, dass diese gesamte Energiewende mit all ihren Zwangsmaßnahmen kaum Einfluss aufs Weltklima hat, eigentlich fast gar nicht, und auch überhaupt nicht nachhaltig ist, sondern eher einen riesen Ressourcenverbrauch verursacht. Deswegen sagen wir, diese grüne ideologische Politik in Deutschland, die muss ein Ende finden. Wir brauchen hier Realpolitik. Wir brauchen auch politische Mehrheiten für eine Realpolitik, die sich am Wohl der Menschen orientiert. Und das ist immer das Beste. Das Wohl der Menschen, das Wohl der Wirtschaft führt am Ende dazu, dass wir eben auch eine saubere Umwelt haben und dass wir mit unseren Ressourcen schonend umgehen. Herr Einblumener das Wohl der Wirtschaft Vielen Dank.